So, das ist Urlaub für mich. Hier meine Kamera, macht gerade ein schönes Timelapse. Sonnenuntergang, Motorrad natürlich. Unglaubliche Weide, Saladio Juni. Das ist doch einfach nur der Hammer. Hinten haben wir einen Vulkan, 6000 Meter hoch. Das ist doch einfach nur geil, oder? Jetzt baue ich dann gleich mein Zelt auf, schlafe hier in aller Ruhe. Morgen geht es in die Richtung, wo jetzt die Sonne untergeht. Und da gibt es nämlich nochmal einen Salad. Und da gehen die meisten nämlich nicht hin. Und deswegen gehe ich da hin. Tschüss.